Das war kurz, aber das ist nur der Anfang. Ich begrüße Sie alle im Namen des Führungs-Sängerbundes zu diesem Konzert, zusammen mit dem Partner Robert Bruner, der den anderen vor und der versüngenden Kinder leitet. Wir wollen dieses Konzert beginnen mit diesem Song, Welcome Everybody, von dem haben Sie den ersten Teil, der zweite Teil ist ein Mitmachteil. Und wir führen Ihnen jetzt mal vor, wie das geht. Entweder suchen Sie sich einen Vater oder ein Gelernungs-Kampflein von den Jungen-Sängerinnen und Sängerbundes. Die Teilen sind acht, vier, drei, drei, und wir stellen Sie einfach mal vor die beiden Partner-Sängerbundes vor. Ganz langsam, drei, vier. Shake your hands to the beat. Schüttelt eure Kinder zum Tag. Nummer zwei, vier. Shake your hands to the beat. Feel the rhythm from head to beat. Hier fühle ich nur noch von Kopf zu den Hüten. Feel the rhythm from head to beat. Noch mal. Feel the rhythm from head to beat. Bump your fists, slap your hands. Fäuste an alle sagen, Engelklapp. Bump your fists, slap your hands. Bump your fists, slap your hands. Und da. Shake them off like real men friends. Bump your duty. Schüttelt sich auf, ihr nicht gut könnt. Shake them off like real men friends. Shake it up, I hear your friends Shake your hands to the beat Feel your romant to beat Bow your lips, shake your hands Shake it up, I hear your friends I'm humble, I love the beat Shake your hands to the beat Feel your romant to beat Bow your fists, bow your hands Shake it up, I hear your friends Now choose to let's sing it up, welcome everybody Now we're at the same time, we're at the same time Now we're at the same time Shake your hands to the beat Shake your hands to the beat Give your romant to beat Bow your lips, shake your hands Shake your feet, shake your hands Bow my dead body, let go of the cup Blow our estiver, shake your hands Shake your hands to the beat Feel your romant to beat Bow your lips, stir your reins Shake your hands Shake your hands Shake your hands to the beat So shake your ground every body, let go of the beat Musik 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 Applaus 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 Und das, was Sie in den Abschluss zugelernt haben, das erlösen wir jetzt hier. Ich wünsche Ihnen allen seinen, allen einen Pfingstkonzert. Und wir haben sehr viele Ehrenbäste da auf jeden Fall für den Pfingstkonzert. Vielen Dank. Ja, Sie ahnen das, vielleicht schon Syrien. Es ist ein sehr kinderreiches Land, was eine gute Art ist. Wir beginnen unseren kleinen Abschnitt mit dem Motto des Wochenendes. Singen macht Spaß. Einfach mal kann es sein. Singen macht Spaß, singen tut gut. Der Segel macht unter uns, singen macht gut. Singen macht froh und singen macht schlau. Die Schöne geben uns in den Augen. Alle unsere Stimme, sie gehen mit dem großen Gornklang der Welt. Singen macht Spaß, singen tut gut. Der Segel macht unter uns, singen macht gut. Singen macht Spaß, singen macht schlau. Die Schöne geben uns in den Augen. Applaus Nun ist es so, dass ja natürlich nicht nur Komposik wichtig ist und Spaß macht, sondern auch das Volksleben. Das nächste Ding, was wir hören, ist ein Volksleben, eine Thymine, die passt ganz gut zum Wetterplatz. Mein Tender, der lief zum Wetter. Ein Tender, der lief zur Winternacht, tief in der Skaldesbruch. Die weißen Flocken viele sah und deckten alles zu. Und deckten alles zu. In zwei Jahren, mein Vögelein, so lieblich da zu singen. Und seine süße Melodie tat sich da weit in Schwing. Das hat sich da weit in Schwing. Das füllt eins an die halbe Nacht aus seinem Ästelein. Da ist die Erde aufgemacht und trug einen hellen Schein. Und trug einen hellen Schein. Wenn der Funde dann endlich da ist, wird getanzt. Das ist die Erde aufgemacht. Swing, Swing, Swing. Swing, Swing, Swing. And all the birds that sing. Swing, Swing, Swing. And all the flowers that sing. Swing, 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 Swing. And all the flowers that sing. Swing, Swing, Swing. And all the flowers that sing. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Amen. Wenn man es dann geschafft haben sollte, als Mann und das Mädchen, die tanzen mit, das ist ganz richtig gefährlich. Das nächste Stück ist ein Musikgenre, das sehr, sehr heilig ist im Tanzen, nämlich das Genre des Walzers, obwohl es nicht eigentlich ein Walzer ist, sondern es ist nicht mehr ein schwedisches Volkslied. Man sagt, dieses Volkslied sei so schön, dass es die zweite Nationalgruppe des Schweds ist. Das hat es zu den Sommerzahlen. ZANG EN MUZIEK 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 Applaus Walser tanzt man gescheitert im großen Saal, aber ansonsten kann man Partys fast überall fallen. Einer der ungewisssten Partyorte ist aber dennoch das Badezimmer. Das ändern wir heute. Applaus Walser tanzt man den Mann. Applaus Musik 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 Batsch, 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 Batsch! Applaus 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 I am, you are, we are terrific Side, side, step, step, and attend I am, you are, we are terrific Side, side, step, step, and attend Hey, yo, hey, yo, let's go Music plays pro, listen to the drum For sound, loop it up, get on your feet Turn around, jump to the beat Music plays pro, listen to what it's all Loomb it up, get on your feet Turn around, jump to the beat I am, you are, we are terrific Side, side, step, step, and let's end with a I am, you are, we are terrific Side, side, step, step, and let's end with a Hey, yo, hey, yo, let's go You think they make a word around, listen to them all the sound Prove it out, get on your feet, turn it on, turn to the beat You think they make a word around, listen to them all the sound Prove it out, get on your feet, turn it on, turn to the beat You think they make a word around, listen to them all the sound Prove it out, get on your feet, turn it on, turn to the beat So, jetzt machen wir uns in Kunst, nämlich Jazz ist die erste wirkliche Kunstform, die in Nordamerikanischen Staaten entstanden ist. Und das Stück, was wir jetzt sehen, von George Ehring, das ist wiederum ein frittischer Komponist, der Pianist, der in den USA dann als Jazz-Pianist im Rücken wurde. Das Stück heißt, La-Ride-Burgland, der nur ein Solo-Druck wird, das ist wie Melissa, wie Alexander, die auch mit ihr vorhin, die in Nürnstehen. Außerdem, wie bei uns, ein Ständungslisten, die sind total wackernden Fragen, und ich muss sagen, ich glaube, das geht auch im Hintergrund. Wir haben insgesamt ungefähr 13 Stunden geprobt in den anderen Fuß, nicht 48 Stunden, die wir hier gearbeitet haben. Das ist eine total enorme Leistung mit dem sehr hohen Stückchen für den Bezug, auch für die Leute in der Arbeit. Vielen Dank. Applaus Und jetzt, weil es nachher so ist, der Gäste klingt, der Wille gehört, auch noch die Leute vorzustellen, die hier, zumindest mir, sehr geholfen haben. Und ich bin der Gast, der Herr Woah, und Herr Pianist, der auch für die Stimmbildung. Applaus 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 Er hat hier eine Pistabruppe gemacht, was er ein singt, seine Frau, die Claire Pistab ist wieder hinten und die hat das ein singen und die Stimmbildung in Jugendburg gemacht. Morbidett hat sowohl mit den Perkastiengruppen gearbeitet, als auch Ständchen geproben an seinen Verschiebungswahlungs-Instrumenten und hat uns begleitet und hat dafür gesorgt, dass wir groß sind. Applaus Musik 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 Vielen Dank. 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 Vielen Dank.